Musik Wie erwartet, Bundestag stimmt mit großer Mehrheit 130 Milliarden Paket zu. Zweites Rettungspaket für Griechenland beschlossen. Berlin Der Bundestag hat wie erwartet das zweite Rettungspaket für Griechenland mit großer Mehrheit gebelegt. Für das neue Hilfsprogramm von 130 Milliarden Euro stimmten am Montagabend Abgeordnete des schwarz-gelben Regierungsbündnisses sowie von SPD und Grünen. In der Abstimmung gab es 496 Ja-Stimmen. 90 Parlamentarier waren dagegen, 5 enthielten sich. Es ist bereits das zweite Hilfsprogramm für den Pleitestaat. Im Mai 2010 wurde ein erstes Rettungspaket für Griechenland in Höhe von 110 Milliarden Euro beschlossen. Diese 110 Milliarden reichten nicht mal zwei Jahre. Nun gibt es bereits das zweite Rettungspaket von weiteren 130 Milliarden Euro. Spätestens 2014 wird das dritte Rettungspaket fällig werden. Griechenland ist ein Fass ohne Boden. Die Pleite kann kaum noch abgewendet werden. Mit den Hilfszahlungen soll diese Pleite lediglich hinausgeschoben werden. Für Deutschland wird es immer teurer. Daher ist die Mehrheit des deutschen Volkes gegen diese Zahlung. Allerdings wurde die Meinung des Volkes mal wieder von den Politikern ignoriert. Das ist die Mehrheit des Volkes gegen diese Zahlung. Das ist die Mehrheit des Volkes gegen diese Zahlung.